Mit Geduld. So, ein Doppelpass hier, der gut kommt. Dann haben wir es vielleicht. Oder wir sind so durch. Okay, Best! Das war dann einfach... Ey! Boah! Ich will wechseln. Ich will wechseln. Hä? Der Ball war gerade mitten im Spiel und es wird abgefilfen. Gibt es jetzt irgendwie Foul oder... Oder was? Ich bring jetzt Ronaldo. Ich bring jetzt Ronaldo, Totti auf den ZOM. Wie es fließt. Hä? Das Spiel wurde einfach mitten... Mitten im Spiel angehalten. Das Spiel... Es geht jetzt einfach direkt weiter. Klipp. Okay, wir müssen erstmal ein Tor machen, bevor wir... komische Volleys machen von überall. Glaube ich. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Ich will damit nicht... Ich will dem einen oder anderen damit helfen. Was? Ja? Oh, schön, Runde. Rund. Sehr schön, du auch. Eh, bitte clip das jemand. Das muss jemand clip. Demo recht früh spielen möchte, Alter nicht dein Scheiß, oieieieiei Ich brauche noch mal einen Clip davon bitte Moine, ja, ja, was ist das für Pässe heute? Digger, das schönste Ton, Digger Alter, der Leck hat ja ultra geballert Der ist schon eine Maschine in der Luft, wer ist hier? Sarabia Was geht hier ab? Wie ist der reingegangen? Skandal Was? Da Costa, was machst du? Oh Oh Junge, oh, 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 warte, oh, oh Oh mein Gott, oh, 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 oh runter 123 Euro und 69 Cent zusammen bekommen, aber Abstauberung, glaube ich. Wo war, oh! Fein. Oh mein Gott, jetzt schicken, pass auf mich, ich mache Haken, pass auf dich. Oh, warum spielen wir hoch? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind heute die besten Spieler der Welt. Wir nehmen alles zurück. Gut aufgebaut vom Torhüter. Den Ball hat er. Und jetzt die Chance. Und noch eins! Juhu! Eigentor! Hahaha! Oh Mann! Oh Mann! Das ist auch ein kurioses Torhüter. Das könnte er auch gerne mal klippen. Müssen wir zurücknehmen doch mal. Oh mein Gott! Wer kopfst ihn? Anstatt den Volley zu nehmen! Alter! Pfff! 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 Pff! Pff! Alte scheiße, Junge! Direkt… Direkt… erste Gegner. oha alter tschüss klipp alter kippen man hat die richtig angemerkt dass bis der spieler automatisch alles macht und das wird so nicht mehr klappen mit fifa 20 gott behütlich ich hoffe dass es so nicht klappen